Solana App knackt 100 Millionen Dollar Umsatz. PumpBotFun ist die am schnellsten wachsende Krypto-App mit einem Umsatz von 100 Millionen Dollar in sieben Monaten. Die App ist ein Token-Launchpad für Memecoins und wurde im Januar auf der Solana Blockchain gestartet. Ob man es liebt oder hasst, Pump ist ein massives Signal an die Entwickler, sagt Analyst Ryan Watkins. Trotz des Erfolgs hat die Nutzung von PumpBotFun laut Dune Analytics in den letzten Wochen stark nachgelassen. Die Anzahl der neu erstellten Token ist um über 70 Prozent gesunken. Trons Antwort auf PumpFunSunPump könnte ein Grund für den Rückgang sein. Diese Meldung erschien zuerst auf unserer Website. Für weitere Informationen zu Kryptowährungen abonniere unseren Kanal oder schau dir das nächste Video an. ... ... ... ...